Hallo Cindy, sag mal, hast du heute Abend schon etwas vor? Ich habe zwei Tickets von einem Freund bekommen. Gehen wir gemeinsam ins Kino? Hallo Alex, ich will, aber ich kann heute leider nicht. Morgen muss ich eine Prüfung schreiben. Schade, gehst du oft ins Kino? Ja, in der Freizeit gehe ich oft ins Kino. Das ist eigentlich mein Hobby. Besonders mag ich amerikanische Filme. Die machen mir sehr viel Spaß. Super, dann haben wir ein gemeinsames Hobby. Hast du noch andere Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Tja, ich reise sehr gerne. In meinen Ferien gehe ich oft ins Ausland und mache dort Urlaub. Außerdem treibe ich sehr gerne Sport. Sport macht fit und gesund. Und du, was machst du in deiner Freizeit? Da hast du völlig recht. Ich treibe auch gerne Sport. Ab und zu spiele ich Fußball mit meinen Freunden. Zudem bin ich ein echter Musikfan. Echt? Ich auch. Ich mag Musik sehr gerne und spiele noch ein bisschen Gitarre. Du spielst Gitarre? Du spielst Gitarre? Dann muss ich dich unbedingt einmal spielen hören. Ach je. Es ist schon vier Uhr. Hast du nicht morgen eine Prüfung? Dann gehen wir jetzt gemeinsam in die Bibliothek. Du bereitest dich auf deine Prüfung vor. Und ich lese meinen Roman. Ich bin ein echter Bücherwurm. Lesen macht mir auch sehr viel Spaß. Dann gehen wir heute in die Bibliothek und dann morgen ins Kino. Okay? Das ist aber nett von dir. Abgemacht. 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 Abgemacht.